Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren zivilprozessualen Video. Heute geht es um die Nebenintervention, teilweise auch Streithilfe genannt. Sie ist ein zivilprozessuales Institut, mit dem sich ein Dritter auf eigene Initiative an einem Rechtsstreit beteiligen kann, an dessen Ausgang er ein rechtliches Interesse hat. Dieser Dritte ist der sogenannte Nebenintervenient oder Streithelfer. Zuerst lesen wir § 66 ZPO. Aus der Norm lernen wir, dass der Nebenintervenient einer Partei in einem bereits anhängigen Rechtsstreit zur Unterstützung beitritt. Diese Partei wird Hauptpartei genannt. Neben einem bereits anhängigen Rechtsstreit setzt die Nebenintervention ein rechtliches Interesse des beitretenden Dritten voraus. Man spricht auch von einem Interventionsgrund. Das rechtliche Interesse liegt darin, dass sich die Entscheidung des anhängigen Prozesses auf die Rechtslage des Dritten auswirkt. Im Einzelnen ist hier vieles umstritten. Einigkeit besteht jedoch darin, den Begriff des rechtlichen Interesses nicht zu eng und formalistisch auszulegen. Ein rechtliches Interesse besteht zunächst in allen Fällen, in denen das Gesetz eine Rechtskrafterstreckung vorsieht. Beispiel. G verklagt die S auf Herausgabe einer Uhr. S veräußert diese Uhr während des Prozesses an den Dritten D. Hier findet eine Rechtskrafterstreckung nach § 125 Absatz 1 ZPO statt, weil D Rechtsnachfolger der S geworden ist. Folglich kann D der S als Nebenintervenient beitreten. Außerdem liegt ein rechtliches Interesse vor, wenn der Dritte Regressansprüchen der Hauptpartei ausgesetzt wäre, sollte diese den Prozess verlieren. Klassisches Beispiel ist hier ein beurkundungsbedürftiger Grundstückskaufvertrag. Verkäufer V verklagt Käuferin K auf Kaufpreiszahlung. K wendet ein, der Kaufvertrag sei durch die Notarin N nicht wirksam beurkundet worden, weil diese ihre Vorlesepflicht aus § 13 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 Beurkundungsgesetz verletzt habe. Warum hat die Notarin ein rechtliches Interesse daran, dass V den Prozess nicht verliert? Die N hat, wenig überraschend, ein Interesse, dass V nicht verliert, weil V sonst vertragliche Regressansprüche gegen sie gelten machen könnte. Auf dieser Grundlage kann N als Nebenintervenienten dem Prozess beitreten. Man kann auch viele weitere Beispiele für das rechtliche Interesse bilden. In der Klausur solltet ihr im Zweifelsfall großzügig sein und mit dem Sachverhalt begründen, worin das konkrete Interesse des Dritten liegt. Wichtig ist, dass das Gericht die soeben erläuterten sachlichen Voraussetzungen der Nebenintervention nur prüft, wenn eine Partei beantragt, die Nebenintervention zurückzuweisen. Nur dann kommt es zum Interventionsstreit nach § 71 ZPO. Der Beitritt des Dritten erfolgt durch einen Schriftsatz nach § 70 ZPO. Für diesen Schriftsatz prüft das Gericht in jedem Fall, ob die allgemeinen Prozesshandlungsvoraussetzungen vorliegen. Wir fahren fort mit den Rechtsfolgen der Nebeninterventionen. § 67 ZPO regelt die prozessuale Stellung des Nebenintervenienten. Lest euch bitte Satz 1 durch. Der Nebenintervenient wird keine Partei, sondern bleibt ein Unterstützer der Hauptpartei. Er vertritt sie nicht, kann aber für die Hauptpartei alle Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringen. Seine Prozesshandlungen wirken dann so, als wären sie von der Hauptpartei selbst vorgenommen. Der Nebenintervenient kann zum Beispiel die Einrede der Verjährung nach § 214 Absatz 1 BGB erheben. Er kann aber nicht über den Streitgegenstand verfügen, also etwa keine Klageänderung nach § 263 ZPO vornehmen oder gar die Klage zurücknehmen. Außerdem darf sich der Nebenintervenient nicht gegen die Hauptpartei wenden und keine Prozesshandlungen vornehmen, die dem erkennbaren Willen der Hauptpartei widersprechen. Zusammengefasst ist der Nebenintervenient also ein reiner Unterstützer der Hauptpartei, der sich mit eingeschränkten Rechten am Rechtsstreit beteiligen darf. Noch wichtiger als die Beteiligung am Rechtsstreit ist die sogenannte Interventionswirkung. Sie ist in § 68 ZPO geregelt. Wir lesen zuerst nur Halbsatz 1. Halbsatz 1 stellt die Grundregel auf, dass der Nebenintervenient in einem Folgeprozess mit der Hauptpartei an die Feststellung gebunden ist, die im ersten Prozess getroffen worden sind. Diese Interventionswirkung unterscheidet sich ihrem Wesen nach von der materiellen Rechtskraft. Sie reicht weiter als die materielle Rechtskraft, weil sie sich nicht auf die festgestellten Rechtsfolgen beschränkt, sondern alle tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen des Gerichts umfasst. Die Interventionswirkung setzt nur voraus, dass der Nebenintervenient wirksam beigetreten ist und der Beitritt nicht nach § 71 ZPO zurückgewiesen wurde. Das Gericht im Folgeprozess prüft also nicht noch einmal, ob ein Interventionsgrund vorliegt. Im Folgenden beschäftigen wir uns genauer mit der Reichweite der Interventionswirkung. In jedem Fall wirkt die Interventionswirkung zugunsten der Hauptpartei. Klar ist auch, dass der in § 68 ZPO nicht erwähnte Prozessgegner der Hauptpartei nicht von der Interventionswirkung erfasst ist. Umstritten ist aber, ob die Interventionswirkung auch zugunsten des Nebenintervenienten und damit zulasten der Hauptpartei wirken kann. Die HM lehnt das ab und verweist auf den Wortlaut des § 68 Halbsatz 1 ZPO. Nur in der Nebenintervenient wird im Verhältnis zur Hauptpartei nicht gehört. Die Hauptpartei kann vortragen, wird durch die Wirkung nur zugunsten der Hauptpartei dem Zweck der Interventionswirkung Rechnung getragen. Die Hauptpartei soll nicht sowohl den ersten als auch den Folgeprozess verlieren, weil in beiden Prozessen sich widersprechende Entscheidungen getroffen wurden. Macht euch diese Wirkung am obigen Beispiel mit der Notarin N. klar. Im ersten Prozess wird entschieden, dass der Vertrag wegen einer Verletzung nach § 13 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 Beurkundungsgesetz nach 125 Satz 1 128 BGB nichtig ist. Die Hauptpartei V hat deshalb keinen Anspruch gegen K. Die Klage wird abgewiesen. V kann aber in einem Folgeprozess gegen die Notarin N vorgehen. In diesem ist das Gericht wegen der Interventionswirkung nach § 68 Absatz 1 daran gebunden, dass im ersten Prozess die Amtspflichtverletzung der N festgestellt wurde. Für den Nebenintervenienten selbst hat die Interventionswirkung keine Vorteile. Trotzdem ist die Beteiligung für den Nebenintervenienten sinnvoll, weil er so die Hauptpartei in seinem Sinne unterstützen kann, sodass sie nicht in einem Folgeprozess gegen ihn selbst vorgeht. Beteiligt er sich nicht, kann die Hauptpartei die Interventionswirkung durch eine Streitverkündung selbst herbeiführen. Dazu kommen wir in einem weiteren Video. Als nächstes lesen wir § 68 Absatz 2 ZPO, der die Interventionswirkung einschränkt. Gemäß § 68 Absatz 2 ZPO kann der Nebenintervenient die Bindungswirkung der Interventionswirkung einschränken, wenn er den Einwand der mangelhaften Prozessführung geltend macht. Die drei Fallgruppen, die dieser Einwand umfasst, ergeben sich unmittelbar aus dem Wortlaut. Die Interventionswirkung gilt erstens nicht, soweit der Nebenintervenient wegen eines späten Beitritts keine Angriffs- und Verteidigungsmittel mehr geltend machen konnte. Zweitens gilt sie nicht, soweit der Nebenintervenient keine Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen konnte, weil er damit im Widerspruch zur Hauptpartei gehandelt hätte. Die Interventionswirkung wird also durch die Nachteile begrenzt, die der Nebenintervenient aus seiner gemäß § 67 ZPO eingeschränkten prozessualen Stellung erleidet. Konnte der Nebenintervenient sich im Hauptprozess nicht verteidigen, ist für eine Bindungswirkung kein Raum. Diese Ratio greift auch für die dritte Ausnahme in § 68 Halbsatz 2 ZPO. Die Interventionswirkung gilt nicht, soweit dem Nebenintervenienten Angriffs- und Verteidigungsmittel zur Zeit des Hauptprozesses nicht bekannt waren und die Hauptpartei sie grob fahrlässig nicht geltend gemacht hat. Knapp wollen wir uns noch mit § 69 ZPO beschäftigen. Die streitgenössische Nebenintervention setzt voraus, dass ein Urteil im Verhältnis zwischen Nebenintervenient und dem Gegner der Hauptpartei Rechtskraft entfalten würde. Das ist der Fall in unserem am Anfang verwendeten Beispiel mit der veräußerten Uhr. G verklagt die S auf Herausgabe der Uhr. S veräußert sie während des Prozesses an den dritten D. Wenn S zur Herausgabe an G verurteilt wird, wirkt die Rechtskraft dieses Urteils auch gegenüber D. G kann das Urteil nach § 7 27 ZPO auch gegenüber D vollstrecken lassen. Wegen dieser Rechtskrafterstreckung würde der Nebenintervenient D unbillig benachteiligt, wenn er keine zusätzlichen Angriffs- und Verteidigungsrechte hätte. § 68 Halbsatz 2 ZPO schützt den Nebenintervenienten nämlich nur im Verhältnis zur Hauptpartei. Gegenüber dem Prozessgegner gibt es ohnehin keine Interventionswirkung. Es hilft dem streitgenössischen Nebenintervenienten nur, wenn der Prozess gewonnen wird. Der streitgenössische Nebenintervenient darf der Hauptpartei deshalb widersprechen. Er ist also mehr als ein einfacher Nebenintervenient, aber noch kein echter Streitgenosse und darf deshalb nicht gegen den Willen der Hauptpartei über den Streitgegenstand verfügen. Um richtiger Streitgenosse zu werden, müsste der Dritte als Partei beitreten. Fassen wir also noch einmal das Wesentliche zur Nebenintervention zusammen. Die Nebenintervention setzt voraus, dass ein Dritter ein eigenes rechtliches Interesse am Ausgang eines bereits anhängigen Rechtsstreits hat. Dann kann er diesem Rechtsstreit beitreten und eine der beiden Parteien unterstützen. Das rechtliche Interesse kann insbesondere in einer Rechtskrafterstreckung oder in Regressansprüchen liegen, die eine Partei des Hauptprozesses im Falle einer Niederlage gegen den Dritten geltend machen könnte. Im Prozess muss der Nebenintervenient, wie eben erwähnt, als Unterstützer einer der Parteien auftreten. Diese Partei nennt man Hauptpartei. Er darf sich nach § 67 ZPO nicht widersprüchlich zur Hauptpartei verhalten. Er darf zudem nicht selbst über den Streitgegenstand verfügen. Die Entscheidung im Prozess entfaltet im Verhältnis von Nebenintervenient und Hauptpartei Interventionswirkung. Diese reicht in objektiver Hinsicht weiter als die materielle Rechtskraft und bewirkt, dass der Nebenintervenient in einem Folgeprozess an alle rechtlichen und tatsächlichen Feststellungen des Urteils im ersten Prozess gebunden ist. Nach herrschender Ansicht wirkt die Interventionswirkung aber nur zugunsten der Hauptpartei. Die Nebenintervention ist ein ziemlich schwieriges Thema, das wir in diesem Video nur in Grundzügen darstellen konnten. In der Klausur und in der mündlichen Prüfung sollte es ausreichen, wenn ihr grundsätzlich wisst, was die Nebenintervention voraussetzt und welche Rechtsfolgen sie entfaltet. Details sind unserer Einschätzung nach nicht erforderlich. Das war es mit unserem Video zur Nebenintervention. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen.